Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Worms 2 Armageddon. Und bevor wir anfangen, möchte ich eine Sache kurz sagen und zwar werdet ihr jetzt, glaube ich, den besten Part eures Lebens haben. Warum? Ganz einfach, ich bin angepisst und ich habe das Spiel noch nicht mal angefangen. Wuhu! Ja, ich habe gerade Kingdom Hearts aufgenommen und wer den letzten Kingdom Hearts Part gesehen hat, weiß, warum ich angepisst bin. Und diese Angepisstheit mit in Worms zu bringen, das kann ja schon nicht gut werden, weil Worms, als ob ich da nicht schon angepisst genug wäre. Immer wenn ich jetzt irgendwie im Saturn bin, ich lese das gleich vor, immer wenn ich jetzt irgendwie im Saturn bin oder sonst irgendwo und ich sehe dieses Spiel da, dann sage ich nur, wuhu, schau ab! Das ist immer toll. Okay, hm, waren wir hier nicht schon mal? Egal, zieh los und kümmere dich mit deinem ganzen Inventar um den gegnerischen Wurm, bevor er dich mit Luftangriffen aus dem Gefecht setzt. Hallo? Bitte kommen, ich kann das machen! Okay, es ist ein Rätsel. Ich verstehe schon. Scheiße, wie dreht man die nochmal? Nein, ich will das drehen! Hat der jetzt mal endlich einen Luftangriff oder was? Nein. Wie drehe ich das denn nochmal? Okay. Ah! Nein! Nein! Ich wollte es doch noch bauen! Okay, ich weiß, dass es hier funktioniert. Ich habe mich jetzt irgendwie, äh, von Yellowcard, äh, äh, die, äh, irgendein Lied für Flatout 2 damals gemacht und das habe ich mir letztens geholt und es ist einfach nur geil. Ich habe ja das Flatout-Spiel so geliebt und ich soll hier weggehen. Ja, okay. Ja, ich weiß, dass ich 13 abgezogen bekommen habe. Äh, warum haben wir deine Luftangriffe dahinten, du? Oh, scheiße. Ich hätte nix sagen sollen. Fuck. Oh, man! Okay, da bin ich selbst schuld. Gebe ich dazu. Hallo! Jetzt kommt er da nicht mehr hin, oder was? Hä? Leck mich doch jetzt! Hallo! Hallo! Ja, bist du dumm oder so? Bist du, bist du greitenfroh? Reg mich nicht auf, so suck! Ey, meine Fresse! Ja, komm mal, ja! Du, mich, auch. Aber sowas von am Arsch. Oh, man lande doch einfach da drauf, du Sack! Ja, ich bin 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 ja. Oh, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. bist du dumm gott ist er jetzt wirklich nicht nein naja ich könnte mich auf den drauf ja komm ich musste das jetzt machen komm jetzt da hoch komm da hoch ich verstecke mich jetzt da drinnen es war mir nämlich jetzt klar dass er das jetzt macht der müsste jetzt sogar tot sein wäre schön wenn ich okay ist da nicht komme ich mit denen überhaupt so schnell dahin das ist kacke du hast so 20 sekunden zeit das ist echt komm ich auch nicht ich muss das irgendwie mit dem denn es schaffen ich muss das mit dem denn schaffen er kommt verreckt du mal du musst dafür echt verdammt schnell sein also jetzt mal ohne scheiß wie schnell musst du dann bitte dafür sein ist das denn die wahrheit oder was ich wollte eigentlich noch ein dings also so ein dings über mich setzen aber das hat nicht funktioniert ich hoffe der macht ihn jetzt nicht von rechts sehr gut sehr sehr gut das könnte klappen ich könnte das jetzt im zu schaffen wenn ich gut bin wenn ich gut bin davon würde ich noch nicht mal ausgehen scheiße ist okay ist okay ist okay wirklich kann ich da runterfallen kann ich da runterfallen ja in die faust ich bin auf die dreieinreißig gespannt nutzen wir die waffen die in deinem inventar sind und die gegenstände die du in kisten findest du und erreiche vor abläuft schon wieder so ein zeit kack jetzt kommt der ehrliche netter hoch das ist doch nicht euer ernst und die ist nicht losgegangen nein er ist gestorben aber du bist so ein japan was kannst du eigentlich so schwer ist das nicht ich stelle mich einfach nur dumm an kannst du nicht darauf landen doch okay das war's aber so muss ich das machen und so ist das auch nicht schwer ich kann das auf jeden fall packen wo ist denn das ziel da was okay okay schnell ja ey der kann mich noch gar nicht sehen ist das euer boah meine fress fickt euch ey das ist nicht schwer ich habe nur ein starr träger ach ja die links das funktioniert ja nicht ey man ich drück einfach zu schnell ich darf nicht zu schnell drücken seh ich ja eigentlich seh ich ja eigentlich seh ich ja eigentlich scheiße ey ich verreckt doch andauernd was ist das denn für ein scheiß okay alles wird gut nur bei gingem hart sich jetzt abgefuckt hat heißt das noch lange nicht dass worms es jetzt tut auch wenn es worms immer tut also wird die mine halt nicht aktiviert und das ist das problem komm lande da drauf lande da drauf ja ist okay ist okay ist okay ist okay nein bleibt da drauf bleibt da drauf bleibt da drauf okay 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 nein jetzt trifft er mich andauernd der sack oh nein einmal probiere ich jetzt auch so schwer das ist nicht schwer das ist echt nicht schwer das ist wirklich nicht schwer nein 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 geh ich wieder zurück geh wieder zurück ich stehe mich einfach nur doofen an das ist das problem ich habe einfach Angst vor dem spiel und deshalb mache ich diesen fehler so dumm sich das auch anhört das ist so also ja scheiße fuck you egal wirst du schon mal hier aus ist doch gut bleibt einfach drauf stehen ist okay ist okay ist okay ist okay 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 jetzt ist die frage brauche ich das kamikaze egal 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 scheiße man scheiße scheiße es ist nicht wahr klennen haja die kiste ist runtergefallen neuuin und ich komme da eh nicht mehr hoch scheiße Ich würde brennend interessieren, was in der Kiste ist Weil ich weiß nicht, ob ich das brauche Oder ob ich damit Kamikaze irgendwie rüberkommen muss Ja, okay Ich glaube Kamikaze Okay, ähm, ja Ich denke, ich muss irgendwie versuchen Mit beiden jemanden zu überleben Und das werden wir im nächsten Mal wieder versuchen Wenn es euch gefallen, dann könnt ihr im nächsten Mal wieder einschalten So geraged habe ich jetzt doch nicht Wir haben eine Mission geschafft, ist okay Ja, ich würde mich sehr freuen Ich sage bis dahin, tschüss